dir geht es nie schlecht so auf instagram nur auf tumblr ja genau wie wirst du zu instagram gekommen ich weiß gar nicht wie ich zu instagram gekommen irgendwann hat man das halt einfach das genauso mit facebook bestimmt drei jahre aber also mittlerweile glaube ich benutze ich aus instagram dass mein leben interessant aus hier war ich kann mal das ist ein gutes bild und halt möglichst irgendwie so bilder wo man rüberkommen und alles gut ist und auch immer dass man halt nicht alleine nur drauf ist sondern dass auch mal freunde mit drauf sind damit man hat sie aber nur zwischendurch ja das stimmt und dann nimmt man auch das bild von uns selber am besten aussieht